Es geht los mit den kontextfreien Sprachen heute. Natürlich wird dieses kurze Video noch nicht alles zu diesem Thema erschöpfend behandeln, sondern es wird eigentlich eher eine Art Wiederholung sein zu Dingen, die ich schon in früheren Videos zu großen Teilen erzählt habe, um uns ein wenig einzustimmen auf die kontextfreien Sprachen, bevor wir dann in die Details gehen. Mein Name ist Markus Krötzsch, herzlich willkommen zurück oder vielleicht überhaupt herzlich willkommen, falls Sie hier einsteigen möchten, zur Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten. Ich denke, auch wenn Sie den ersten Teil zu regulären Sprachen nicht gehört haben, können Sie ohne weiteres oder ohne größere Probleme an dieser Stelle folgen, weil wir doch vieles neu definieren werden. Kontextfreie Sprachen hatten wir schon eingeführt und zwar im Zusammenhang mit Grammatiken. Die hatten wir schon besprochen, das müssten Sie schon irgendwo mal gehört haben, wenn Sie das genau nachvollziehen wollen. Die kontextfreie Grammatik oder auch Typ-2-Grammatik war also eine, die nur Regeln enthält, bei denen man eine einzige Variable, ein einziges Nicht-Terminalsymbol durch ein Wort ersetzt. Das könnte leer sein, das könnte auch länger sein, aber es darf in jedem Fall auf dieser linken Seite nur eine Variable stehen. Das nannten wir kontextfrei, weil die Variable in beliebigen Zusammenhängen, in beliebigen Kontexten durch das Wort V ersetzt werden durfte, ohne eine bestimmte Einschränkung, die in irgendeiner Weise fordert, dass das A neben etwas anderem auftaucht, wie wir es bei kontextsensitiven Grammatiken vielleicht machen können. Die Sprache, die zur kontextfreien Grammatik gehört, ist die kontextfreie Sprache oder eben auch Typ-2-Sprache, wobei eine Sprache schon dann kontextfrei ist, wenn sie sich durch irgendeine solche Grammatik darstellen lässt. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es auch eine andere, nicht kontextfreie Grammatik für dieselbe Sprache gibt, das haben wir auch schon gesehen. Also Grammatiken gibt es in der Regel viele für eine einzige Sprache und es genügt uns schon, wenn eine einzige davon kontextfrei ist, dann sprechen wir von kontextfreien Sprachen. Gut, Beispiel, da können wir gleich ein Beispiel nehmen, was wir bei den regulären Sprachen schon als ein problematisches Beispiel kennengelernt haben, nämlich die Sprache A hoch N, B hoch N. Das heißt, die Sprache aus all den Wörtern, bei denen zunächst eine Reihe von As auftaucht und anschließend eine Reihe von ebenso vielen Bs. Und wir haben gelernt, reguläre Sprachen können nicht zählen. Diese Sprache lässt sich nicht mit den Ausdrucksmitteln regulärer Sprachen darstellen. Es ist keine reguläre Sprache, ich kann sie nicht mit einem Automaten akzeptieren oder einem regulären Ausdruck fassen. Es zeigt sich aber, man kann die Sprache relativ einfach kontextfrei darstellen mit einer kontextfreien Grammatik, die nämlich einfach so aussieht. Ich ersetze das Startsymbol entweder durch das leere Wort, für N gleich 0 habe ich keinerlei As oder Bs, oder aber ich schreibe ein A auf die linke Seite, ein B auf die rechte und in der Mitte behalte ich das S, was potenziell weitere Symbole generieren kann. Wir erinnern uns daran, dass diese Grammatik aus zwei Regeln besteht. Das ist nur eine Kurzschreibweise hier. S geht nach Y ist die erste Regel, S geht nach A, S, B die zweite. Sie können auch gerne mal versuchen zu beweisen, dass das tatsächlich die Sprache darstellt. Also es ist vielleicht ausreichend offensichtlich, aber wir hatten natürlich auch gelernt, wie man solche mehr oder weniger offensichtlichen Aussagen Schritt für Schritt formal aufschreiben kann, um zu zeigen, dass es wirklich genau stimmt. Und da müsst ihr euch erst mal überlegen, was muss man denn da zeigen? Gibt vielleicht hier einzelne Richtungen, die man auseinandernehmen kann und wie kann man die dann jeweils beweisen? Sollte nicht allzu schwer sein, aber ist vielleicht eine ganz gute Übung der Methoden. Gut, das also sind kontextfreie Sprachen, wie Sie schon wissen. Die kontextfreie Grammatik und die kontextfreien Sprachen eignen sich damit sehr gut, nicht etwa für A hoch N, B hoch N, das kann man zwar auch machen, aber das ist vielleicht praktisch nicht die wichtigste Sprache, aber was man damit sehr schön machen kann, sind vollständig geklammerte, korrekt geklammerte Ausdrücke zu beschreiben. Ersetzen Sie einfach das A durch eine öffnende Klammer und das B durch eine schließende und schon haben Sie einen einfachen Fall eines geklammerten Ausdrucks, bei dem alle Klammern matchen, also zusammenpassen. Das könnte ich auch bei praktischen Sprachen machen. Hier haben wir eine aus der Vorlesung. Die regulären Ausdrücke, die wir eingeführt haben, lassen sich mit einer kontextfreien Grammatik darstellen, bei der ich natürlich bestimmte Alphabetzeichen zulassen muss, die auch in den regulären Ausdrücken auftauchen dürfen und zudem noch bestimmte Sonderzeichen, wie eben die leere Sprache, das leere Wort und diverse Klammer und Operatoren-Ausdrücke. Und dann kann ich das so aufschreiben, auch hier wieder viele Regeln in einer und ganz wichtig hier die passenden Klammern. Um so etwas darzustellen, benötige ich kontextfreie Grammatiken und Sie können sich leicht überlegen, dass genauso wie a hoch n, b hoch n diese Sprachen eben nicht durch reguläre Ausdrücke oder Automaten oder reguläre Grammatiken beschrieben werden können. Und ganz offensichtlich ist das etwas Praktisches, denn in der Praxis wollen wir in vielen Anwendungen die Passung der Klammernpaare sicherstellen. Okay, gut, jetzt sage ich, dass es praktisch und natürlich wissen Sie, viele Studenten und Studentinnen sind an dieser Stelle immer ein bisschen misstrauisch und denken, ja toll, der macht hier theoretische Informatik und behauptet ständig, dass das praktisch ist. Könnten wir nicht mal was Praktisches sehen, irgendwas Angewandtes? Wieso müssen wir uns immer mit solchen ausgedachten Beispielen herumschlagen? Wir würden viel lieber was aus der Realität mal kennenlernen. Wenn der immer behauptet, dass das praktisch in der Realität ist, muss das doch auch Beispiele da geben. Sollte man da nicht mal lieber mitarbeiten, damit man auch mal was in der Hand hat, was man auch außerhalb der Universität brauchen kann. Ist ein gutes Argument, ist ein valider Punkt, aber stellt sich in der Praxis nicht als ganz so einfach raus, in der Lehrpraxis in diesem Fall. Warum? Weil es keine praktischen Beispiele gibt, sondern manchmal ist auch das der Fall, aber das ist hier nicht das Problem, sondern vielmehr, weil praktische Beispiele dazu neigen, kompliziert zu sein. Wollen Sie mal eins sehen? Ich habe mal eine praktische Grammatik aus einem Online-Dokument rauskopiert für eine formale Sprache. Hier haben Sie die kontextfreie Grammatik für XML 1.1. Ja, ich weiß, ist nicht so sehr schön, ist ein bisschen klein geworden, ist aber komplett, also ist fast alles drauf, bis auf das Stückchen, was ich hier mit meinem Kopf verdecke. Ja, Sie sehen, Sie sehen nichts. Also es sind sehr viele Regeln, ich weiß nicht genau, wie viele das hier geworden sind, an die 80 mit einer Menge von Zeichen, könnte man sich im Detail anschauen. Ich kann Ihnen versprechen, es ist tatsächlich eine kontextfreie Grammatik und es ist auch tatsächlich die echte kontextfreie Grammatik für XML 1.1, können Sie im Web finden. Problem ist, selbst bei so einer relativ einfachen Sprache, die Grammatik ist viel, viel, viel zu kompliziert, um darüber zu sprechen. Und Sie sehen daran ein allgemeines Problem, was wir leider oft haben, wenn wir an der Hochschule abwägen müssen zwischen Anwendungsnähe und Verständlichkeit, nämlich, dass die ausgedachten Beispiele natürlich oftmals viel, viel leichter nachvollziehbar sind. Also das, was Sie enthalten, ist hoffentlich dann übertragbar auf die echte Welt, ja, aber wenn man gleich damit anfangen würde, würden wir letztlich nicht sehen, was die wahren Prinzipien sind und worum es eigentlich geht, sondern hätten eine Menge technischer Details. Und, ja gut, das ist ein Grund, warum man sowas vermeidet. Der andere Grund ist natürlich, dass es viel mehr solcher Grammatiken gibt, als allgemeine Theoreme, die ich hier nenne. Ja, ich müsste viel, viel mehr Videos drehen, wenn ich Ihnen alle praktischen Beispiele zeigen wollte, die vielleicht für Sie mal später relevant sind. Deshalb müssen wir uns begnügen mit ausgedachten Beispielen und Sie müssen mir glauben, dass es dafür auch manchmal praktische Anwendungen gibt. Ich versuche es ein bisschen mit einzustreuen, dann ist es vielleicht plausibler und nachvollziehbar. Ein praktisches Thema, was sicherlich ganz nah ist an den formalen Sprachen, ist der Compilerbau oder allgemein die Konstruktion von Computersprachen und deren Verarbeitung. Da hatte ich Ihnen auch schon mal ein Diagramm zu gezeigt. Das sah ungefähr so aus. Hier die ganz, ganz vereinfachte Darstellung des Prozesses, der uns von den Sourcen zu den tatsächlich ausführbaren Binarys führt. Da gibt es in der Regel eine lexikalische Analyse, die zunächst die Tokens extrahiert, normalerweise mit einer regulären Sprache, die also grundsätzlich die Art von Tokens trennen und erkennen kann. Und anschließend wird dann geparst. Dafür gibt es eine syntaktische Analyse und diese erfolgt oft mit wesentlichen, mit einer kontextfreien Grammatik. Natürlich braucht man auch hier oftmals noch technische Kniffe und zusätzliche Erweiterungen, um wirklich alles abzubilden, was für eine praktische Sprache wichtig ist. Manchmal geht es mit einer reinen Grammatik. Manchmal ist es auch so, wie in dem Fall von XML, den Sie gerade gesehen haben, dass die Tokenization und Disparsing vermischt sind. Also die Grammatik, die ich hier dargestellt habe, ist eine einzige große kontextfreie Grammatik gewesen, die den Tokenization-Teil vollständig mit beinhaltet. Also da waren auch wirklich die Details, bis auf Unicode-Glyphs und unsere Ranges von Unicode-Glyphs herunterspezifiziert. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was Sie brauchen, wenn Sie es implementieren wollen. Wenn Sie es implementieren, wollen Sie das in der Regel wieder trennen aus Effizienz- und Verständlichkeitsgründen. Aber es ist etwas, was Sie auch aus fast jedem Parser-Generator rausbekommen können. Also wenn Sie mithilfe eines Parser-Generators diesen Prozess hier implementieren, dann ist es in der Regel auch möglich, eine solche große Grammatik daraus zu generieren, in der alles zusammengeworfen wird. Gut, also dieser Teil ist natürlich dann sehr wichtig und Ausgabe von diesem Teil ist in der Regel ein Strukturbaum, ein Parsetree. Und darüber wird noch zu reden sein, nicht in diesem Video, aber im nächsten. Vorher möchte ich noch ein kleines, letztes bisschen wiederholen von Dingen, die Sie auch schon gehört haben, nämlich die Idee der Ableitung und der Ableitungsrelation noch mal ins Gedächtnis rufen. Das war eine ganz einfache. Wir hatten gesagt, es gibt eine Einschritt-Ableitungsrelation, die einfach darin besteht, dass man innerhalb eines Wortes einen Teil, für den es eine Regel in der Grammatik gibt, hier das x durch einen anderen Teil ersetzt, hier das y, und den Rest davor und dahinter gleich behält. Das ist die einschrittige Ableitungsrelation. Und daraus können wir dann die Ableitungsrelation mit dem Sternchen hier machen, die beliebig viele Schritte zusammenfasst, das heißt, bei der wir ausdrücken, dass man irgendwie durch Umschreiben mithilfe der Grammatikregeln von dem Anfangswert u zu einem Endwert v gelangen kann. Und es könnte sogar, wenn ich das 0 mal umschreibe, passieren, dass u gleich v ist. Das war die Ableitungs- oder auch Herleitungsrelation, die wir verwenden. Und mit dieser Relation kann man also jetzt Wörter generieren mithilfe der Grammatik. Und dafür habe ich hier noch ein kurzes Beispiel. Auch wieder mit einer kleinen Beispielgrammatik, ein bisschen anders als die, die wir vorher schon gesehen haben. Auch hier geht es ums korrekte Klammern. Wir haben s, das Startsymbol, was a, m, v werden kann. Und a ist etwas, was mit Addition zu tun hat. m hat mit Multiplikation zu tun. Und die v werden Variablen. Wobei das, was ich addiere und multipliziere, jeweils wieder beliebige Ausdrücke der Form s sein können. Und damit kann ich jetzt arithmetische Ausdrücke über diesen drei Variablen-Namen erzeugen. Zum Beispiel das Wort, was Sie hier sehen. Klammer auf x mal Klammer auf y plus z Klammer zu Klammer zu. Indem ich die Reihe nach ableite. S wird zunächst durch m ersetzt. Die äußerste Ebene ist die Multiplikation hier. Dann wird die Multiplikation mit der einzigen verfügbaren Regel aufgelöst. Und dann gehe ich so weiter vor. Ich ersetze das v an erster Stelle durch eine Variable und gehe dann weiter vor, indem ich den zweiten Teil durch eine Addition ersetze, durch eine Summe. S war schon vergeben, also a. und in der Summe ersetze ich dann schrittweise beides durch Variablen, bis ich am Ende diesen Endausdruck habe. Ja, so hat die Ableitung funktioniert. Das sollten Sie auch noch erinnern. Das ist also im Prinzip ganz einfach. Und das war für diese kurze Wiederholung jetzt schon alles. Ich werde als nächstes Ihnen erzählen von Ableitungsbäumen und damit auch erst mal wieder ein bisschen mehr was Neues hinzufügen zu dem, was Sie eigentlich alles schon aus früheren Videos kennen sollten. Bis dahin, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video. Tschüss.